Dias, Tor! Humorlos dieser Hankerlenkschuss von Rafi Dias. Die erste gefährliche Abschluss auf das Tor der Esteri Lakers, siebtes Saisontour. ... in diesen Zweikampf mit Schniedereien und jetzt irgendwann kommt dann der Pfiff des Schiedsrichters oder kommt er nicht. Jetzt kommt der Pfiff des Schiedsrichters, weil Thomas Diri getroffen hat. Zweites Saisontour für Thierry. Durchgesteckt für Rowe, Ewerberg kommt nicht in Scheibenbesitz. Gareth Rowe zieht ab und trifft. Keine Sicht für Noel Bader. Erneut ganz viel Verkehr. Gareth Rowe jubelt zum fünften Mal in dieser Saison. Mit dabei, der das ja bestens kennt aus seiner Zeit bei Davos. Sentela, Achtung, Sentela, Sentela, Tor! Der Typ ist momentan ziemlich cool drauf, das kann man anders nicht sagen. Zwei Tore hat er gegen Lugano erzielt am Montag. Sorgt hier also mit dem vierten Tor für Jubel im Publikum. Und jetzt gibt es Jubel für die Gäste. Das Shutout von Sandro Eschliemann vorbei. Auch die Lakers dürfen jubeln, Casey Wellmann. Nachschuss, Marcini, Tor! Viertes Tor im dritten Spiel in dieser Saison gegen die Lakers. Lino Marcini trifft einfach gerne gegen die St. Kala.